Wir kommen zurück hier bei Nussknackers Welten bei Star Trek. Wir setzen das Spiel fort für euch. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass die Sternenflottengeißeln bereits getötet wurden. Sie bereuen, mit Commodore Daniels zusammen geflüchtet zu sein von der Gorn-Invasion auf Station Frontier 17. Commodore Daniels ist leider dasselbe Schicksal zuteil geworden. Wir haben ihn nicht nach Hause bringen und vor ein Kriegsgericht zerren können. Und versuchen wir, die ukrainische Wissenschaftlerin zu finden und zu retten. Wäre doch sehr wichtig für uns. Los geht's. Stemmen! Komm, stemmen wir gemeinsam. Untersuchen. Große Pengpeng rausholen. Ah, wir sind am Anfang. Cool. Alles gut. Das ist es wichtig. deutlich. Wissen! Das ist wichtig. Wir sind ein wenigstens. Die Komma. Der Komma-Innen ist wichtig. Verrankt! Dann haben wir uns das Ding. Das ist wichtig. Oh, genau. Das ist wichtig. Wir machen die Welt. Wir müssen uns nicht lange mal ein Ungern. Ich bin ein wenig zu sehen, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin ein wenig zu sehen, dass ich mich nicht mehr so fühle. Okay. Was ist das alles? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es wird nicht so schön. Ich glaube, es wird nicht so schön sein. Uh, Spock! Wir haben hier eine Idee? Ich sage, wir finden die Weapons. Gucken wir mal weiter. Das sehe ich schon. Kleine Flinklinge seid ihr. Oh hey. Du hast ein schönes Gerät da. Kann ich das vielleicht auch haben? Oh, Mist. Okay. Ähm. Granade. No. Noch eine Granade. Oh, was hast du Bock? So. Äh. Ich werde euch mitlassen. Ganz genau. Ja. Was ist denn du? Das ist der Frosch. Horax. Was ist das? Es war ein Spaß mit dir, Kapitän. Optimismus. Hä, Spock? Würde ich dir, dass ich dir lege und dir das ist, dass das einfach sein wird? Nein, ich kann. Dann, Kapitän. Das wird ziemlich einfach sein. Hä, Spock ihn weg. Was auch noch eine Idee von mir. Was mit den Dingen? Take as many grenades as you can carry. That thing isn't gonna go down easy. Damn thing is hard to aim. The balance of the weapon is off due to the excessive weight of the grenades. And we'll just have to get closer. Und weg mit dir. Wir haben ihn doch fast. Oh. Muss wieder spielen. Hat er ein schlimmer Gegner. Achso. Oh. Nein. Spock! Nein! Ah, fast hier. Spock is Zawa. Spock, it's me. I'm your captain. Captain, I order you to stop. Besiegen Sie Spock? Okay. Wie kämpfe ich? Entschuldigung, dass ich dieses sehr wichtiges hinterbrechen muss. Ich weiß nicht, wie ich Faustkampf mache. Kassenzuweisung. Äh... Handkanone ist gut. Handwerb besser. Handwerb besser. Irgendwer... Ich muss Spock ausschalten. Äh, ausgerechnet Spock. Wie soll ich das denn schaffen? Es ist Spock! Er ist mindestens so stark wie ich. Und sauer. Ich hoffe auch nicht, dass die Szene rauskommt. Es ist ein Faustkampf. Ich hab Spock gesiegt. Ich kämpfe es, Spock! Verdammtes Space Shuttle. Gegengift aktiviert. Captain? Es ist alles gut, Spock. Es ist alles gut, Spock. Die Antidote. Es sieht aus, wie Bones hat es zu arbeiten. Du wirst ihm einen. Ich schreibe dir ein kleines Gebrauch-Package. Mal sehen, ob da nichts drin ist, was du benutzen kannst. Nice. Wow. Das war eine interessante Szene. Okay, wir haben... Ich nehme den Phaser dafür. Das ist vielleicht... Wir müssen gelb sein. Okay, wir sind vorsichtig. Das kenne ich ja, was er forschen möchte. Ich glaube, wir müssen gerade... Nein. Da. Ich wünsche dir Hilfe, Herr Sulu. Mein Pfeil, Herr. Bereitungs-Wäpnis. Da. Feuer jetzt! Wir-Systems-Systems-Lock-Done. Gute Arbeit! Ja! Bereitungs-Wäpnis. Da so. Feuer jetzt! Targeting your Koordinator. Wir haben es geschafft, Herr Sulu. Wir haben Vizuals auf euch beide. Auf der Weg. Oh. Sulu. Sulu. Was in der Hölle ist das? Ich glaube, das Helios-Device wurde reaktiviert. Tomorrow. Es wäre eine Grund, dass sie sie nutzen, um das System zu operieren. Herr Sulu, wir haben uns auf die Enterprise. Wir können nicht diese Dinge alleine lösen. Ja, Herr. Sulu. Oh Gott, noch nicht unter die Prüfung. Zum Shuttle. Vielleicht haben sie zurückgegangen. Äh, Kapitän. Du möchtest einen Schuss nehmen. Oh. Was zur Hölle ist das? Die Enterprise. Es scheint, dass die Enterprise verabschiedet wurde. Es gibt keinen Weg, dass ich uns durch das, Herr. Vielleicht kannst du nicht, aber ich kann. Du möchtest nicht. Nein, wir möchtest nicht. Wir signalen, wenn es sicher ist, zurück zu kommen. Hi, Sir. Bereit? Ja. Lass uns unser verdammtes Land zurückkommen. Raumschluss. Ähm, ja. Hahaha. Was immer jeder macht, ihr werdet schon sehr bald damit aufhören. Hallo Shuttle. Ähm. Was ist das denn? Minen. Ah, hallo. Aua. Hahaha. Abflug. Oh, hallo. Wir weichen hier mal ganz geschickt aus und sterben dann. doch mal. Ja, so was klappt nicht beim ersten Mal. Und um dem, 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 dem. Und dann schrattet wieder mal. Hey, ich bin gar nicht gegen geflogen. Kann was von der Seite. noch mal, noch mal, noch mal. Nochmal, noch mal, noch mal. Da kam doch was von der Seite. Okay. Grüße. Da. Da bringen sie alle zu binden. Oho. Wir brauchen dieses Höhlenstück. Das ist wichtig. Das war mein Lieblingsstück. Soh, wir sollten zu Shuttle-Rampe schätze ich. Ich bin nicht an meinen Warp-Gondeln rum. Das sind sehr sexy Gondeln. Keiner spielt an meinen Gondeln rum. Keiner spielt an meinen Gondeln rum. Wir können einen der Atelier-Spurste-Pfurt in Engineering. Okay. Okay. Perhaps you need some additional practice on your landing techniques, Captain. What are you complaining about, Spock? We got in, didn't we? Now let's get her back. Das war. Good to hear it, sir. Any chance of beaming us over there with you? Yeah, and the sooner the better. I don't think I can take any more to who's Fencing stories. I mean... Ha 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 ha. Ähm. Das muss so aussehen. Ich müsste dran denken, äh... Im Himmel gibt's kein Bier, drum brauen wir es hier. Ne? Captain, if we access that terminal we may be able to beam them over. Dann machen wir das doch. Gentlemen, stand by for transport. Mr. Sulu, once you are on board, head immediately to the officer's quarters. It would be advantageous to our mission, if you could discover a way to disable the Gordon's tethers. Understood. Bones get to Medbay, we may need your help with the infected. On it. Energize. Scotty, can you hear me? Please respond. We must consider the possibility that Mr. Scott is infected. Or... worse. Captain, I'm here. Good to hear your voice, Scotty. Back at ya, sir. What's the status of my ship? She's in pretty bad shape, sir. Those greenies have the bridge, the warp core is down, emergency life support is holding, but I don't know for how long. Captain, if we are ever to return through the rip, it is essential that we get the warp core back online. It's at the top of my list, Spock. Mr. Scott, we're on our way to warp core. So, machen wir's. Wir machen auch... Ähm... Betäuben. Das ist sehr stark, aber langsam. Äh... Krachpunkt des Ziels. Fringe der Energie mit der Fall der Betäubungsphase. Schüsse. Das ist alles okay. Soweit. Forschungshelfer. Was haben wir denn an... Reichweithers Rekord aus Kampf. Pfff. Bleibt... Nix mehr zu tun hier. Dieser Brötchen öffne dich. Ah, die... Hab ich vermisst. Warten auf ihren Partner. Wieso hat die Calvin Enterprise eigentlich immer solche Probleme? Hey. Eine gewürdige Tische hat sie. Geht uns gut. Ist das Bock? Ihnen geht's auch gut? Ihnen geht's gut. The entrance to the control is through that door, but the hostile presence here is significant. No problem. We hacken alle Minen, dann arbeiten sie für uns. Nef, nef, nef. Mach das Eifernchen. Das geht zum Glück einfach. Aber das Spiel bleibt nicht stehen dabei. Auffassen. Wieso funktionieren eure Geräte nicht richtig? Schade für euch, ne? Da ist ein Geschütze, da müssen wir verdammt nochmal aufpassen. Was macht das Ding denn? Ich weiß gar nicht, was ich da habe. Aber ich hack jetzt einfach mal. Dann arbeitet das für uns. Und das zählt. Wer bist denn du? Ach, auch eine Mine. Wer gibt's denn von euch? Gute Mine im bösen Spiel, oder was? Das Ding ist aktiviert. Da ist noch einer. Ich hätte auf die andere Seite gehen sollen. Ich habe das nicht gesehen. Da muss man sehr parallel sein. Okay. Geschafft. So viel zu machen hier. Gute Spock kann ich nicht gesehen, wo er dabei. Ich möchte dich nicht hacken. Ich möchte dich eigentlich auf unsere Seite bekommen. Wir sind Freunde, nicht wahr? Sollte mich nicht beim Geschütz langschleichen, aber was soll's. Es ist schwer, sich nicht beim Geschütz vorbeizuschleichen. Ich denke auch. Oh, hi. Ich denke auch. Oh, hi. Ich denke auch. Ein effektiver Schlüssel. Oh, richtig. Hier. 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 Woah, wow, Grenade! Wo bist du, Sackgesicht? Einzelschüsse bringen mehr. Gib mir mal das da. Eine gute Idee, mein Schild ist runter. Haben wir eine Heilikowsk-äh... Helukowski, da ist noch ein Minukowski. Den müssen wir auch noch haben. Können wir noch nicht aus Versehen reinlaufen. Gefährlich, Leute, gefährlich. Sehr viel zu hacken. Wir regeln das aber schon, kein Problem. In solchen Räumen sind meistens Heilgegenstände. Eine bessere Waffe. Äh, Spock? Kräft zu. Das Weapon, grab it. As you wish, Captain. Betäubungsgranaten, Sternflotte, Kramelt. Leute, wir müssen die Enterprise zurückholen. Und wir werden das tun in der nächsten Folge von Star Trek. Hier auf meinem Kanal Nussknackers Welten. Es wird brandgefährlich und super schlimm. Wir haben es geschafft, den Gornpalit zu verlassen. Wir haben die schrecklichen Gornprüfungen hinter uns gelassen. Und wir werden auch das hier natürlich meistern. Hier auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Nussknacker. Ich bin Joey Kowski.